Ich habe noch gar kein Video über Zucker gemacht, absolut unglaublich, auf einem High Carb Low Fat Vegan Channel noch nie ein Video über Zucker gemacht, okay, von daher heute Leute das große, große Video über Zucker, ja, Zucker, Zucker, reiner Zucker und natürlich allgemein über Zucker und vor allem werde ich dir die ganzen Mythen widerlegen, ja, ich habe ein großes Skript geschrieben mit den ganzen Punkten, die wir durchgehen werden und ich werde alles nacheinander widerlegen und euch alles über Zucker erklären, danach weiß jeder alles über Zucker, von daher, ja, super wichtiges Video, ja, absolut sehenswert, zum Teil auch geeignet, von daher legen wir mal los, ich erzähle euch mal alles über Zucker von A bis Z, also Zucker ist ein Nährstoff, das muss man sich merken, ja, Zucker ist ein Nährstoff, der nährt deinen Körper, das ist die Energie für deinen Körper, Wie ich mir immer merke, dass Kohlenhydrate so wichtig sind, ist, dass da Kohle am Anfang des Wortes ist, so wie Kohle in einen Ofen, ja, um Energie, zum Beispiel irgendein Zug früher, der fährt mit Kohle oder was auch immer, ja, musste man immer Kohle da reinschaufeln und deswegen Kohlenhydrate, nenne ich das so, ja, ist natürlich, wegen Kohlenstoff heißt das Kohle, aber, ne, ich nenne das, ich denke, ich habe da immer diesen Prozess mit Kohle, weil das nun mal unser Brennstoff ist, darauf läuft der Körper, ja, das ist deine Energie, alles in deinem Körper läuft, du kannst dich bewegen wegen der Energie, die du hast und du musst Energie zu dir nehmen, um Energie zu haben, ja, deswegen Zucker ist dein Nährstoff. Rote Blutzellen brauchen Glukose, Kohlenhydrate werden zu Glukose umgewandelt und auch Protein und Fett auch zum Teil, vor allem, wenn du keine Kohlenhydrate zu dir nimmst, dann, ja, der Körper braucht Glukose, zum Beispiel rote Blutzellen brauchen Glukose, Leberzellen brauchen Glukose, Spermien brauchen Fruktose und das Gehirn läuft nur auf Glukose, ja, also egal was du isst, sagen wir, du isst no Carb, keine Kohlenhydrate und dein Gehirn braucht aber Glukose, es kann nicht auf Protein oder Fett laufen, auch wenn es zum Großteil aus Fett besteht, tatsächlich, es braucht Glukose und was macht der Körper, naja, der wandelt einfach Protein oder Fett zu Glukose um und dann hat er doch Glukose und kann damit arbeiten, ja, daran siehst du auch einfach, na, wenn du dem Körper keine Kohlenhydrate gibst und du entziehst ihm die Hauptenergiequelle, ja, dein Körper, alles läuft in deinem Körper, ja, auf Glukose, auf Kohlenhydraten und du entziehst ihm die, ne, und er fängt an umwandeln zu müssen, ja, da sollte man schon irgendwas merken, aber naja, ne, wenn man keine Kohlenhydrate isst, dann ist da oben so und so abgesenkt, ne, und da ist da, da, ja, bringt es auch nicht mehr viel, ne, da, jemandem sowas zu erklären, da, die blocken einfach komplett ab, kann man nichts machen, ja, wenn es da oben äh, dunkel ist, dann ist es da dunkel, wer sich mit diesem ganzen Thema beschäftigen will, was Kohlenhydrate im Körper machen, wie die umgesetzt werden, äh, alles, was mit Glukose zusammenhängt, ja, was es im Körper macht, warum man das braucht, die ganzen körperlichen Prozesse, da guckt sich das Gebiet der Glykolyse an, na, der, da wird alles erklärt, ist aber ziemlich kompliziert, und, äh, dann versteht man auch, dass alles mit ATP und, ja, was da umgewandelt wird, ist aber ein großer, komplexer Bereich, ja, aber das ist der Bereich, der einem erklärt, was deine Energie ist, ja, es ist tatsächlich die Glukose, ja, alles, was, alles wird zu Zucker umgewandelt und, äh, ja, wird als Energie bereitgestellt und der ganze Bereich heißt Glykolyse. Zucker kommt normal nur in Pflanzen vor, ja, mit einer Ausnahme, die Milchprodukte, wenn man die Ausnahme nicht mitzählt, ne, wenn man Kohlenhydrate isst, isst man immer pflanzliche Nahrungsmittel, in allen Pflanzen sind Kohlenhydrate drin, äh, ich sag immer so, äh, Gott hat uns gezeigt, dass das unsere Nahrung ist, indem er einen Makronährstoff aus Tierprodukten rausgenommen hat, ja, und zwar zum Beispiel, wenn du ein Stück Fleisch isst, ja, da sind ja keine Kohlenhydrate drin, in Eiern sind keine Kohlenhydrate drin, und von daher fehlt da ein Makronährstoff, ne, als Zeichen dafür, das ist nicht deine Nahrung, ne, deswegen, äh, sind, äh, sind Kohlenhydrate in Pflanzen drin und Antioxidantien nur in Pflanzen drin und Cholesterin nur in Tierprodukten drin, ne, wenn der Mensch das isst, dann kriegt er halt die Quittung dafür und von daher, ne, ist alles so gemacht, Kohlenhydrate haben Pflanzen, haben die Antioxidantien, Tierprodukte haben die Oxidantien, die Karzinogene, äh, pflanzliche Produkte haben die Antikarzinogene, pflanzliche Produkte haben die Kohlenhydrate, ne, und, äh, von daher, ja, pflanzliche Produkte haben Eisen, tierische Produkte haben Heemeisen, ne, und so weiter und so fort, ja, alles Zeichen für den Menschen, aber die Zeichen muss man nun mal verstehen wollen und dann ist das auch alles ziemlich offensichtlich, ähm, so, Zucker ist Glucose plus Fruktose, wenn du irgendwas zu dir nimmst, Reis oder sowas, das ist immer Glucose, Fruktose, weißer Zucker ist Glucose, Fruktose und, äh, es gibt auch nur Glucose, ja, also zum Beispiel Traubenzucker, das sind Einfachzucker und dann gibt es zum Beispiel Stärke, ja, das sind die, also wenn du jetzt Vollkornreis nimmst, ja, oder allgemein Reis, jeder Reis ist, äh, stärkelastig, dann, ähm, hast du da die Mehrfachzucker, das sind ganz komplexe Ketten, ja, das sind komplexe Kohlenhydrate, langkettige Kohlenhydrate, sagt man auch und das Gute an denen ist einfach, die sind am allerbesten für den Körper, weil die halt so komplex sind, die kommen den Körper und die müssen aufgebrochen werden, hier und da und da und da und der Körper muss an denen arbeiten und so lässt er nach und nach nur den Zucker ins System rein und von daher, ja, gibt es nicht so einen starken Insulinanstieg und so weiter, deswegen ist das sehr, sehr vorteilhaft, deswegen, ja, ist der Mensch ein Starch-Eater, du bist dafür gemacht, um Stärke zu essen, das ist am allerbesten für dein System, deswegen, ne, High-Carb-Low-Fat-Ernährung basiert auf Stärke, ja, Stärke ist nun mal der Reservestoff in Pflanzen, womit Pflanzen ihre Energie speichern, da speichern die die Energie, ja, das nennt man Stärke, die kann man dann essen, zum Beispiel in Form von Reis, Hirse, Buchweizen und Bohnen und so, die haben auch alle Stärke, Bananen, unreife Bananen, ja, haben Stärke und von daher sehr, sehr wichtig für den menschlichen Körper. Jede Zelle in deinem Körper läuft auf Glucose oder Fruktose, ja, eins von beidem oder beide und Zucker macht dich schlank und sportlich, ganz, ganz wichtig, ja, wenn du Zucker zu dir nimmst, wirst du schlank und wirst du sportlich, was nehmen Sportler zu sich? Kohlenhydrate, man kennt bei Sportlern Carb-Low-Ding, die setzen sich hin, zum Beispiel vor einer Radrennfahrt und laden sich mit Kohlenhydraten auf, damit die Kohlenhydrate speichervoll sind, damit die Energie haben, die setzen sich nicht dahin und essen irgendwie Speck mit Eiern in Öl angebraten, ne, warum machen die das nicht? Weil da keine Energie drin ist, das hat null Kohlenhydrate, Speck mit Eiern und in Öl angebraten, hat null Kohlenhydrate, deswegen sitzen die nicht da und essen Speck mit Eiern und Öl angebraten, sondern Nudeln, ja, kennt ihr? Schon mal gesehen, Reportagen über Radrennfahrer, die haben nur solche Schüsseln, da wird immer weiter Nudeln reingetan, die essen diese Nudeln, 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 kiloweise, das nennt man Carb-Low-Ding, ja, die laden sich auf mit Energie, damit sie, wenn sie die Rennfahrt machen, damit sie Energie haben, ja, dann fahren die mal so 200 Kilometer in den Bergen, ja, und auf Zeit auch noch, ne, mit Hochdruck und das kann man nur schaffen, wenn man Energie zu sich nimmt, deswegen, ja, macht dich das sportlich, je mehr Kohlenhydrate du in deiner Ernährung hast, umso sportlicher wirst du, ja, und umso schlanker wirst du auch, weil du an deine Makronährstoffverteilung verteilen, Verteilung denken musst, je mehr Anteil an Kohlenhydraten du in deiner Ernährung hast, umso schlanker wirst du, je weniger Anteil Kohlenhydrate, desto dicker wirst du, ja, weil Protein und Fett steigt und Kohlenhydrate werden kleiner, ja, wenn die zwei steigen, wenn die zwei kleiner werden, werden die Kohlenhydrate mehr, dann zum Beispiel 90% Kohlenhydrate, 5% Fett, 5% Protein, ja, dann wirst du, ja, wirst du ganz, ganz, ganz schlank. So, Zucker macht dich schlank und sportlich, jeder Sportler ist isolierten Zucker, auch so eine wichtige Sache, ja, es gibt keinen Sportler, der nicht isolierten Zucker zu sich nimmt, also keinen Sportler im Sinne von, dass er körperlich, ja, Leistung bringen kann, wie ein 100-Meter-Läufer, wie ein Marathonläufer, wie ein Radrennfahrer, ja, die ersten alle isolierten Zucker, jeder einzelne Sportler, weil du erstens niemals auf deine Kalorien kommen würdest, ja, weil du kannst nicht aus der Ölflasche trinken, hat die meisten Kalorien, aber damit machst du dich ja langsam, damit machst du dich ja kaputt und davon wirst du ja fett und weil das Fett, das du isst, ist das Fett, das du trägst, ne, es ist nicht der Zucker, Zucker wird auch nicht umgewandelt, kommen wir aber gleich dazu, äh, zu den Mythen und, äh, von daher darf man nie vergessen, jeder Sportler isst Zucker, ja, ihr kennt das, äh, zum Beispiel, bei den Radrennfahrten haben die so Gels dabei oder beim Marathonlauf Gels, ja, was ist Gel, naja, Zuckerpampe, ne, das ist ein Gel oder irgendwelche Energiegetränke, ja, Energie, genau, ne, heißt nicht Fettgetränke, sondern Energiegetränke, Energybooster und so, Energie sind Kohlenhydrate, sind immer Kohlenhydrate, deswegen jeder Sportler isst Kohlenhydrate, isolierten Zucker auch, je mehr Zucker, desto mehr Leistung, ja, habe ich ja gerade schon gesagt, mega, mega wichtig, kannst du mal selbst ausprobieren, wenn du irgendwie Leistung erbringst, Sport machst, ne, erhöhe mal deinen Kohlenhydratanteil, du wirst merken, du wirst mehr Leistung bringen können, weil deinem Körper mehr Energie zur Verfügung steht und die will der dann auch verbrennen natürlich. Menschen nehmen Stimulantien zu sich, weil sie zu wenig Zucker im System haben, das ist überhaupt so, der Hauptgrund, warum Menschen Stimulantien zu sich nehmen, ist, weil sie keine Energie haben, sie haben keine Energie, weil die Angst vor Kohlenhydraten haben, ja, so wie jeder Mensch Angst vor Kohlenhydraten hat, deswegen jeder, der irgendeine Diät macht, macht Low-Carb-Diäten, also von allen Diäten das Verkehrteste, was man machen kann, fast das Verkehrteste, man kann natürlich noch verkehrtere Sachen machen, wie Carnivore-Diet, oder Öldiät oder sowas, ne, da ist dann komplett alles vorbei, aber, ähm, Menschen brauchen diese Stimulantien, vor allem frühmorgens, ohne Kaffee, ähm, kann ich irgendwie nicht funktionieren, kann ich nicht richtig arbeiten, liegt daran, dass du keine Kohlenhydrate im System hast und dein Körper ist halt carbohydrate depleted, ne, und dann bist du müde, hast keine Energie und musst dich natürlich aufpuschen mit Aufputschmitteln, deswegen, ne, versuchst es mal mit Energie, ja, Energie essen für Energie haben, ne, ganz, ganz einfaches System. Deswegen, je mehr Zucker man im System hat, je mehr Kohlenhydrate man zu sich nimmt, umso weniger, ähm, Stimulantien braucht man. Der Testosteronspiegel steigt von Kohlenhydraten, kennt ihr vielleicht mein Video, habe ich, äh, hier, ja, in der Studie auch gezeigt, Kohlenhydrate steigern, dein Testosteronspiegel, ganz wichtig, hat was mit Hormonen zu tun, einfach das Video angucken, äh, Zucker, von Zucker kriegt man Fettleber, habe ich ja auch ein Video drüber gemacht, ja, Fettleber kriegt man von Cholestrin und, äh, der Punkt ist auch einfach wieder, hier wird auch ganz, ganz oft vorkommen, äh, was ist mit logischem Denken, ja, Fettleber kommt von Zucker, das bedeutet, die Menschen, die die meisten Zucker essen, müssen die meiste Fettleber haben, oder nicht, wo ist meine Fettleber? Kennt ihr meine Einkäufe, mit da, sechs Tüten Haferflocken, ja, 30 Bananenpackungen, hier, einfach Packungen Zucker, ja, Kartoffeln ein paar Packungen, Hürse ein paar Packungen, Buchweizen ein paar Packungen, wo ist meine Fettleber, ja, wo ist die ganze Fettleber von den ganzen High Carb Veganern, High Carb Veganer sind die Menschen, die die meisten Kohlenhydraten von allen essen, von allen Ernährungsformen, niemand isst so viele Kohlenhydrate wie ein High Carb Veganer, ich lade mich mit Datteln, okay, ich esse kartonweise Datteln, da könnt ihr sehen, da, spiegelverkehrt immer, da, seht ihr, zwei Paletten Datteln, und, ja, wo ist meine Fettleber, das mache ich seit fünf Jahren, ne, kein Zeichen von Fettleber, die ganzen High Carb Veganer, die auch ihre, ihre Blutwerte hochladen, wie Durian Rider zum Beispiel, der ist ja auch Hardcore auf Zucker unterwegs, ja, der lädt auch seine Blutwerte hoch und alles, wo ist die Fettleber, okay, die kommen natürlich von Cholesterin, einfach das Video angucken, ja, wie kriegt man Fettleber unten in der Videobeschreibung, Zucker, der nächste Mythos, das war schon der erste Mythos, habe ich vergessen zu erwähnen, man kriegt von Zucker Fettleber, der zweite Mythos, Zucker hat keine Nährstoffe und entzieht dem Körper Nährstoffe, das ist auch wieder völliger Nonsens, ja, Zucker hat keine Nährstoffe, ist absolut richtig, weil das einfach isolierte Energie ist, also, wir sprechen jetzt von weißem Zucker, ja, also Zuckerisolat, egal welcher Zuckerisolat, ne, kann, ja, ist ja alles so ziemlich das Gleiche, hat keine Nährstoffe, entzieht dem Körper, aber keine Nährstoffe, wieso sollte er dem Körper Nährstoffe entziehen, du gibst einfach Energie in dein System und hast Energie, warum wird da irgendwas entzogen, das wird meiner Meinung nach verwechselt mit, man isst nur Zucker, nur weißen Zucker und jetzt hat man Nährstoffmängel, ja, du hast Nährstoffmängel, weil du keine Nährstoffe zu dir genommen hast, es ist ein isolierter Stoff, es ist isolierte Energie, von daher, ne, Zucker entzieht dem Körper überhaupt gar nichts, ja, wenn der Zucker dem Körper irgendetwas entzieht, ja, schon wieder die ganzen High Carb Veganer, ja, werden dann die, die die meisten Probleme haben müssten, weil der, die essen Zucker, ja, ich esse das, nur das entzieht mir irgendwas aus dem Körper, ja, hier, zuckerisolierter Zucker, ja, der entzieht mir irgendwas, ne, und da wieder die Frage und jetzt die Wissenschaft dazu, ja, Zucker entzieht dies und das, ja, einfach mal her mit der Wissenschaft. Dann der nächste Punkt, der nächste Mythos, Zucker macht die Zähne kaputt, Zucker macht die Zähne nicht kaputt, das, was die Zähne kaputt macht, das ist Säure, wenn du Zucker zu dir isst, dann wird das von Bakterien umgewandelt in Säure oder Abbauprodukte von den Bakterien, äh, ist irgendeine Säure und die greift die Zähne an, ja, deswegen setzt man Zucker in Verbindung mit schlechten Zähnen, das liegt daran, äh, dass man sich, äh, ja, zum Beispiel nach irgendeiner Zuckerpampe, die man trinkt, ne, kennt ihr verschiedene Getränke und die trinkt man dann und, äh, spült den Mund nicht nach, man muss den Mund immer durchspülen mit Wasser, mit reinem Wasser und wenn du natürlich diese Zuckerpampe trinkst, so wie ich das gemacht habe, zum Beispiel in meiner Kindheit immer nur diese Zuckersachen getrunken, da hast du, äh, den ganzen Tag lang Zucker im Mund, ja, du hast den ganzen Tag klebrigen, äh, zuckrigen Speichel und das macht deine Zähne kaputt, ja, aber wenn du Zucker zu dir nimmst und den runterspülst, zum Beispiel, du machst dir Zucker in einen Smoothie rein, okay, da ist das so und so vermischt mit den ganzen Ballaststoffen, wird alles zurückgehalten, aber trotzdem, ne, danach trinkst du ja höchstwahrscheinlich Wasser, weil du auch dieses Grünzeug im Mund nicht haben willst, du trinkst Wasser, ne, doch wenn du irgendwie O-Saft trinkst oder Apfelsaft, danach sollte man Wasser trinken, um das alles runterzuspülen, um das nicht im Mund sitzen zu lassen, so macht Zucker die Zähne kaputt, ja, wenn man sitzen lässt, wenn du es nicht sitzen lässt, wird auch nichts passieren, solche Sachen wie Schokolade sind natürlich problematisch, weil das geht in deinen Speichel und das hängt dir ja im Mund fest, du hast ja diesen danach immer noch Schokoladengeschmack, auch auf der Zunge liegt das dann, ne, und dann hast du die ganze Zeit dieses zuckrige im Mund, das du kaum noch wegkriegst, deswegen ist Schokolade auf jeden Fall problematisch, aber das, was dir die Zähne am allermeisten kaputt macht, ist Säure, du kannst auch Säure direkt zu dir nehmen, zum Beispiel Essig, ja, löst dir die Zähne auf und meines Wissens nach, laut Wissenschaft am allerstärksten ist unreifes Obst, ja, du nimmst unreifes, zum Beispiel unreife Zitrone oder sowas, ja, wenn du sowas isst, ne, das löst dir einfach nur die Zähne auf, ja, davon kriegst du dann wirklich Karies, schmerzempfindliche Zähne, diese ganzen Sachen, ja, sind die Säuren, ja, Obst, absolut problematisch, wenn es unreif ist, in Deutschland ist alles unreif, von daher, ne, ich kann auch zum Beispiel sowas wie Trauben nicht mehr essen, weil sie sind einfach alle unreif, ja, immer, ich hab's immer wieder versucht, verschiedene Sorten und ich esse die und ich merke diesen bitter, ne, und wenn ich so eine Schale aufgegessen hab, merke ich danach, wie schmerzempfindlich meine Zähne sind, weil die alle unreif sind, ne, es wird alles unreif geerntet, von daher, ne, Zucker macht die Zähne nicht kaputt, außer du lässt ihn da sitzen, aber alles macht die Zähne kaputt, wenn du es sitzen lässt, ja, wenn du einfach den Mund, irgendwas im Mund steckst und einfach da im Mund sitzen lässt, ja, von daher, Zucker macht die Zähne nicht kaputt, Zucker macht müde, das ist auch so ne, ne, haben sich die Menschen irgendwie ausgedacht, du bist müde, weil du zu wenig Zucker isst, davon wirst du müde, ja, du nimmst Zucker als Energie, du nimmst Energie und wirst müde, wie geht denn sowas, ja, du wirst nicht müde davon, sondern ganz genau das Gegenteil, wenn du von Zucker müde bist, müde wirst, dann bedeutet das, du bist Prädiabetiker vielleicht, weil dein Körper, du isst Zucker, dein Insulin steigt kurz an, so, was auch normal ist, ne, immer wenn du was isst, steigt dein Insulinspiegel an und du isst Zucker und dein Insulinspiegel steigt an und kommt nicht mehr runter, ja, das liegt daran, dass deine Zellen voll sind mit Fett, deine Muskelzellen und du bist auf dem Weg, Diabetiker zu werden, ne, das kann müde machen, genau, aber normalerweise macht Zucker nicht müde, ohne Zucker kein Serotonin, ja, kennt ihr das Video hier unten verlinkt, das Glückshormon, ähm, wird gebildet aus Tryptophan, Tryptophan, ja, ist die Vorstufe von Serotonin, kann nicht durch den Blut-Hörn-Schrank, deswegen musst du einen Glucosespiegel anheben mit Kohlenhydraten und dann werden die Aminosäuren, Tryptophan ist eine Aminosäure, werden die anderen Aminosäuren aus der Tryptophan, werden in die Muskeln eingelagert und Tryptophan erhält Transporter, ja, die jetzt nicht besetzt werden durch andere Aminosäuren, weil die Aminosäuren in den Muskeln sind und jetzt sind die Transporter frei, geht, geht, äh, Tryptophan da rein und geht durch die Blut-Hirn-Schranke ins Hirn und dann wird Serotonin gebildet, man hat Glück, Glücksgefühl, ja, deswegen, äh, macht Süßes so glücklich, ja, vor allem Schokolade zum Beispiel, ja, ohne Zucker kein Serotonin, Depression, auch zu wenig Zucker, ja, kann damit zusammenhängen, zum Beispiel wenn man Low Carb macht oder sowas oder No Carb, ne, Stimmungsschwankungen, schlechte Laune, Depression, du isst zu wenig Zucker, Zucker X ist extrem wichtig für die mentale Stabilität, das ist ja ganz genau der Punkt und dann der nächste Punkt, äh, der behauptet wird, Zucker spiket dein Insulinspiegel. Zucker spiket, es ist nicht das Problem, dass dein Zucker, äh, dass Zucker dein Insulinspiegel spiket, sondern es ist ein Problem, wenn dein Insulinspiegel ansteigt und nicht mehr runterkommt, ja, also dein nüchternen Insulinspiegel zum Beispiel, das kriegst du hin, indem du Fett zu dir nimmst, ne, dann kommt Fett in die Muskelzellen, heißt Intramyocellular Lipid und dann hast du Fett in den Muskelzellen, der Zucker soll da rein transportiert werden, kann er nicht, weil da das Fett drin ist, ja, und deswegen kommt dein, ist der Zucker immer noch in der Blutbahn, kommt nicht in die Zelle und dein Insulinspiegel kommt nicht richtig runter, sollte so aussehen, sieht aber so aus, ja, das passiert, wenn du Fett isst, ja, also das, wie dein Insulinspiegel auf Zucker reagiert, hängt davon ab, wie viel Fett du in den Muskelzellen hast, ne, und das ist auch direkt der nächste Punkt, der zweite Punkt, ähm, also der Mythos, man kriegt Diabetes Typ 2 von Zucker, das ist natürlich absoluter Käse, kennt ihr natürlich das Video von mir, sehr, sehr gut angekommen, sehr viele Klicks gekriegt, ja, der wahre Grund für Typ 2 Diabetes, hier ist auch das Bild, da steht es ja auch, Intramyocellular Lipid, so die entscheidet, das Fett in deiner Ernährung entscheidet, wie dein Insulinspiegel auf Zucker reagiert, ja, ob der normal reagiert oder ob der kaputt reagiert, ja, und nicht mehr runterkommt, von daher, ah ja, hier ist auch das Bild dazu, ne, das unten ist, äh, Kohlenhydrate ohne Fett, glaube ich, wie war das noch, ne, und oben ist, äh, Kohlenhydrate mit viel Fett, oder irgendwie sowas, ja, guck das Video nochmal, und, äh, ja, das ist einfach der ganze Punkt bei der Sache, ja, so, Zucker spikt dein Insulin, ja, wie dein Insulin spikt, hängt ab von deinem, von deinem Fettkonsum, äh, ja, genau, und dazu habe ich noch geschrieben, Zucker verbessert jeden Biomarker eines Diabetikers, ja, guckt euch an, ich habe unter jedem Video verlinkt das Buch, was man gegen Typ 2 Diabetes macht und wie man das, äh, wieder wegkriegt, das kriegst du weg mit Kohlenhydraten, ne, mit Kohlenhydraten, weil du, wenn dein Kohlenhydratanteil steigt, steigt, äh, sinkt ja dein Fettanteil, dein Fettanteil sinkt, geht das Fett aus deinen Zellen raus, dein Körper kann wieder normal mit Zucker umgehen, kann es wieder einlagern und dann kriegst du diese Spikes nicht mehr, ja, diese, die nicht mehr runterkommen, von daher, es gab doch so eine mega geniale Grafik, genau, und das ist die, das ist die, hier diese mega geniale Grafik, hier, und das ist so, ja, die ultimative Grafik einfach, hier hat man es ja gezeigt, äh, ja, der Blutzuckerspiegel, seht ihr, die allerhöchste Kurve, das ist die Kurve mit dem allermeisten Fett, seht ihr, 240 oder was steht da, 240 Gramm Fett, ja, und 50 Gramm Kohlenhydrate und die allerniedrigste Blutzuckerkurve, ja, 500 Gramm Carbs und 40 Gramm Fett, ja, das ist die allerniedrigste Kurve, weil dein Insulin dort funktioniert, ja, weil da so wenig Fett ist, von daher, aber das weiß man schon alles seit, was war das, 1926 oder sowas, weiß man das schon, so, und dann kommen wir zu den nächsten Mythen, Zucker wird in Fett umgewandelt, ja, das ist ja wieder hier ein Video von mir, Zucker wird nicht in Fett umgewandelt, per Wissenschaft auch bewiesen, äh, du musst schon, ja, über 100 Gramm essen, über deine Kalorien, ja, das heißt, du verbrennst 2000 am Tag, du isst 2000 am Tag und dann musst du, äh, dir eine Packung Zucker nehmen und einen Esslöffel und Zucker schaufeln, dann kannst du, was war das, 3 Gramm pro Tag oder sowas an Körperfett zunehmen durch den Extrazucker, von daher, ne, absoluter Nonsens, das ist wieder, ja, Low-Carb-Märchengeschichten, damit du weiter Tierprodukte isst, ja, und dich von Fett ernährst, was für mich so und so, so unfassbar krass ist, wie an sowas jemand glauben kann, ja, du willst gesund sein und wenig Körperfett haben und du gehst hin und ernährst dich von Fett, ja, wenig Körperfett durch Essen von Fett, ja, wie hört sich das für einen an, äh, es ist einfach nur noch ermüdend, äh, dann der nächste Punkt ist natürlich, genau, weil Zucker in Fett umgewandelt wird angeblich, ne, sind die Menschen, die am meisten Zucker essen, so wie ich, ja, die allerschlankesten, ne, wer sind die schlanksten Leute von allen, bei welcher Ernährungsform, High-Carb-Veganer sind die schlankesten von allen, High-Carb, sie ernähren sich, äh, sie sollten sich ausschließlich von Kohlenhydraten ernähren, ja, 80% Kohlenhydrate oder noch mehr, wenn du willst, ne, wir essen die meisten Kohlenhydrate und sind die allerschlankesten von allen Ernährungsformen, sehr, sehr seltsam, ne, dann der nächste Punkt, Zucker ist ungesund, ja, wurde jetzt ja mit den ganzen Punkten, denke ich, widerlegt und, äh, ein so ein, auch so ein, so ein Logikpunkt ist, wenn du ins Krankenhaus eingeliefert wirst und dir wird so ein, so ein Dings hier reingesteckt und dann ist da so ein Beutelchen dran, äh, was ist das für ein Beutelchen, was wird da gemacht, ne, damit du wieder auf die Beine kommst, äh, ist das Fettwasser? Nein. Ist das Proteinwasser? Nein. Das ist Zuckerwasser, ja, du kriegst eine Dextroseinfusion, ne, kriegst du da rein und dieses Dextrose baut dich wieder auf, ja, ist Glucose, ganz genau das, dein Hauptbrennstoff, du brauchst Glucose, deswegen gibt man dir Glucose ins System rein, ja, direkt, zack, in die Blutlaufbahn, damit du wieder auf Vordermann kriegst, ne, so ungesundes Zucker. Dann der nächste Punkt ist, oh ja, ganz, ganz wichtig und, ja, das ist auch eigentlich der letzte Punkt, ja, der letzte Mythos auf meiner Liste ist, Öl ist ungesund, weil es ein Isolat ist, warum gilt das nicht auch für Zucker, weil Zucker ja auch ein Isolat ist? Ja, habe ich auch schon so oft erklärt, na, aber ich erkläre es dir nochmal, das Ungesunde in Öl ist nicht der Punkt, dass es ein Isolat ist, der ungesunde Punkt an Öl ist, dass es reines Fett ist und Zucker hat kein Fett. Zucker ist komplett fettfrei, ja, wenn du dich nur von Zucker und Wasser ernähren würdest, hättest du eine fettfreie Ernährung, also 0 Gramm Fett, ja, was natürlich extrem schlimm ist, weil es ja, du brauchst jedes Makronährstoff, ja, aber das Problem an Öl ist das Fett, das ist isoliertes Fett, isoliertes Fett ist das Problem, in Zucker gibt es kein Fett und deswegen gilt das nicht für Zucker, okay? Von daher, ganz einfache Beantwortung der Frage, denke ich, ja, deswegen gilt, die ganze Schädlichkeit gilt, bei Öl gilt, weil es Fett enthält und bei Zucker nicht, weil es kein Fett enthält, ja, ganz, ganz einfach. Das ist ja ganz genau der Punkt, Öl zum Beispiel hebt deinen Cholesterinspiegel an, was hebt deinen Cholesterinspiegel an? Fett. Deswegen hebt Zuckerisolat deinen Cholesterinspiegel nicht an, weil da ist kein Fett. Öl macht dich fett, weil es ist reines Fett und Zuckerisolat macht dich nicht fett, weil es hat kein Fett. Kannst du immer so weiterführen? Öl verursacht Krebs, weil das Fett oxidiert, ja, und Zucker macht keinen Krebs, weil es hat kein Fett, ne, das oxidiert nicht, da gibt es kein oxidiertes Fett. Von daher, ja, es ist das Fett, Leute, ganz, ganz einfach, ganz, ganz einfach zu merken. Von daher, das war schon mein Video, das sind so die Mythen, die mir einfallen, ja, alles, was über Zucker erzählt wird, die ganzen Geschichten, von daher kann ich euch absolut nur empfehlen. Habt keine Angst vor Zucker, Leute, Zucker macht euch gar nichts. Guckt euch mein Body-Update an, werde ich euch hier unten auch verlinken, wie Fett mich Zucker gemacht hat. Und dieses Jahr wird es auch ein Body-Update geben, habe ich mir auch schon was einfallen lassen, was ganz Lustiges. Und auf jeden Fall, ne, deswegen habt keine Angst vor Zucker, es macht keinen Herzinfarkt, es macht keinen Krebs, es macht keinen Diabetes, es macht euch nicht fett, es macht euch nicht müde, es gibt euch Energie, es macht euch leistungsfähig, es sorgt dafür, dass ihr mehr leisten könnt im Alltag, es macht eure Zähne nicht kaputt, wenn ihr es nicht im Mund sitzen lässt. Und von daher, ne, Leute, habt keine Angst vor Zucker, ja, Zucker ist kein Problem, es ist, wie ich immer sage, reine Energie, okay, und das macht nichts anderes, als dir Energie zu liefern, ja. Von daher, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, wenn euch das Video gefallen hat, werdet gerne Mitglied auf diesem Kanal und, ja, wie man so schön sagt, cap the fuck up.